Kannst du dir vorstellen, dass der Dollar ja in absehbarer Zeit nicht mehr die wichtigste Kerze auf der Torte sein wird? Spannende Frage würde ich sagen und damit moin moin Freunde meines Kanals schon, dass ihr eine alte Runde eingeschaltet habt zu diesem Video. Ich möchte mal ein paar kurze Short News vorlesen. Gold kaufen, Bitcoin verkaufen, schreibt zum Beispiel Erichsen, Ausblick 2022, Gold müsste längst Richtung 3000 Dollar unterwegs sein, so Professor Webers. Expertenprognose, darum soll Gold massiv steigen, Mission in Money, 8500 Euro oder US-Dollar pro Finanze Gold und so weiter und so fort. Also es ist sehr sehr spannend, wie viele Leute im Moment über das Thema Gold berichten. Ja, steigen wir ein in die Finanzen, Jungs würde ich sagen. Ich habe wieder einen sehr sehr spannenden Artikel ja für euch vorbereitet, über den wir gleich diskutieren werden. Jetzt erst einmal ein paar Worte zu dem aktuellen Goldpreis, weil auch das ist ja immer und immer wieder spannend würde ich sagen, wie sich die ganze Situation im aktuellen Fall entwickelt. Hier haben wir im Moment 1799,56 US-Dollar pro Finanze Gold und wen wundert es liebe Freunde, damit sind wir wieder einmal unter diesen 1800. Ich sagte ja im letzten Video schon alles, was nicht so nachhaltig bei 1900 US-Dollar und darüber stehen bleibt, ist im Moment noch nicht so wirklich erwähnenswert. Also 1800, man kann sagen es sind gute Kurse, die man noch nutzen sollte, um ins eigene Portfolio nachzulegen oder eben ein neues Portfolio aufzubauen, je nachdem in welcher Situation ihr seid. Silber 22,81 US-Dollar und auch da scheint es so zu sein, dass der Silberpreis noch zurücksetzen wird, aber auch hier gilt, Silber ist auch nach wie vor ein Investment, was man neben Gold einfach unbedingt im Portfolio halten muss und diese Position sollte man auch dahingehend weiter ausbauen. Ja, Euro 20,20 Euro pro Finanze Silber, also ich könnte mir vorstellen, dass wir da noch unter diesen 20 Euro zurücksetzen könnten, so bei ca. 19 Euro muss man gucken, aber auch das wäre nochmal vielleicht für den einen oder anderen dann interessant nachzulegen. Abschließend Gold in Euro, das sind wir dann bei 1594 Euro und ein paar zerquetschte, also auch hier etwas unter diesen 1600. Ja, ihr wisst es, ich sage es ja immer wieder, nutzt es oder lasst es eben bleiben. Okay, ich habe hier einen Artikel vorbereitet, zahlreiche Länder beschleunigen Abkehr vom US-Dollar, also vom US-Dollar und decken sich mit Gold ein. Oha, auch ein sehr entspannender Artikel, immer mehr Länder stocken ihre Goldbestände auf und reduzieren ihre Dollar-Devisen. Besonders Schwellenländer wie Thailand, Indien und Brasilien haben der US-Währung, also haben der US-Währung ihr Vertrauen entzogen oder sozusagen Vertrauen nicht mehr der US-Dollar-Währung. Die Goldbestände in den Devisenreserven der Zentralbanken sind weltweit gestiegen und haben in diesem Jahr ein 31-Jahres-Hoch erreicht. Gleichzeitig sind die US-Dollar-Bestände zurückgegangen. Nach Angaben des World Gold Councils, wir kennen ja die schöne Institution, haben die Banken ihre Goldbestände in den letzten 10 Jahren um mehr als 4,500, also 4.500 Tonnen aufgestockt, liebe Freunde. Im September beliefen sich die Reserven auf rund 36.000 Tonnen, der größte Bestand seit 1990 und ein Anstieg um 15% gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig ist der Anteil des Dollars an den Devisenreserven in den letzten 10 Jahren stark zurückgegangen. Im Jahr 2020 sank der Anteil des Dollars an den Währungsreserven auf den niedrigsten Stand seit einem Vierteljahrhundert. Auch sehr spannend. Analysten zufolge setzten die Zentralbanken insbesondere in den Schwellenländern ihre Umschichtung in Gold fort und spiegeln damit die weltweite Besorgnis über das auf dem Dollar basierende Währungssystem wieder. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2021 kaufte zum Beispiel Thailand bereits rund 90 Tonnen, Indien immerhin mit stattliche 70 Tonnen und Brasilien mit 60 Tonnen des beliebten Edelmetalls. Zentralbanken und öffentliche Einrichtungen begannen nach der globalen Finanzkrise von 2008. Ihr erinnert euch vielleicht an den letzten Artikel, den ich im letzten Video vorgelesen habe. Ich werde ihn euch hier oben nochmal verlinken, wo ja der Bankenverband sozusagen mehr oder weniger davor gewarnt hat, dass man sich nicht nur ausschließlich auf Gold einschießen sollte und dass die Finanzkrise ja 2008 bzw. 2012, 2013 ja geendet hat, liebe Freunde. Also das war ja dann keine Finanzkrise mehr. Aber okay, dieser Artikel zieht das ein wenig anders. Zentralbanken und öffentliche Einrichtungen begannen nach der globalen Finanzkrise von 2008, die zu einem Abfluss von Geldern aus US-Staats einleihen und damit zu einem Wertverlust von in Dollar dominierten Vermögenswerten führte, ihre Goldbestände zu erhöhen. Und da fragt man sich ja schon, ja warum sollten sie das überhaupt tun, wenn wir keine Finanzkrise hätten, ja? Also das Vertrauen in US-Dollar Vermögenswerte geriet dadurch ins Wanken, sagte zum Beispiel Marktanalyst Itsu Toyoshima, der von Nikkei Asia zitiert wird. Der Goldpreis bleibt derweil stabil und notiert ja am 30. Dezember zum Beispiel bei 1806 US-Dollar, je fein und zu Gold. Ich werde euch diesen Artikel ja unten verlinken. Ihr müsst halt dann gucken, ob ihr den dann selbst vielleicht nochmal ins Deutsche übersetzen wollt, wie auch immer. Ja, das zur aktuellen Situation. Also wir haben hier einige Länder und darunter jetzt nicht nur rein Deutschland. Also Deutschland ja, da betrifft es ja wohl eher, ich würde sagen, die Privathaushalte, wie es zum Beispiel aus dem letzten Video zu entnehmen ist. Aber die Länder an sich, da haben wir Thailand zum Beispiel. Und neben Thailand auch noch andere Länder, Indien. Gerade Indien ist ein sehr goldaffines Land und zwar nicht nur auf Grundlage von Bullion-Münzen, also dass man sagt, man braucht Bullion-Münzen oder Baren oder einfach Anlageprodukte, sondern halt auch sehr viel Schmuck. Ihr wisst es ja, gerade Indien ist da sehr, sehr goldaffin, was die Zuschaustellung von Goldschmuck im Allgemeinen betrifft. Aber auch Brasilien hatte nochmal 60 Tonnen des beliebten Edelmetalls nachbestellt und es sagt ja schon einiges aus. Und neben Brasilien haben wir da auch China, die sowieso Gold kaufen, was gäbe es kein Morgen mehr. Russland möchte sowieso auch aus der US-Dollar-Situation abkehren, rauskehren, verschwinden und so weiter. Und ich denke, das wird ja noch eine sehr, sehr spannende Geschichte, gerade in der Hinsicht, ob sich der US-Dollar, sagen wir mal, über die nächsten Jahre so in der Situation halten kann oder nicht. Also ich sage es ja immer wieder, nur weil wir in der aktuellen Pandemie-Situation sind, heißt es ja, oder sagen wir anders formuliert, wenn wir jetzt zum Beispiel, gehen wir mal beispielsweise davon aus, dass es am Ende dieses Jahres vorbei ist, dann heißt es ja noch lange nicht, dass dann ab 2023 alles wieder in Ordnung ist und alles seinen Gang geht wie vor dem Jahr 2019. Ja, das ist ja gerade nicht der Fall. Es wird ja auch in der Hinsicht sehr, sehr spannend bleiben. Das muss man ja schon so sehen. Und gerade wenn ich so im aktuellen Fall auch an die Basel-3-Richtlinie denke, dürfte das ganze Thema nochmal sehr, sehr spannend werden. Aber das soll dann ein Thema in einem nächsten Video werden, wenn es um die Basel-3-Richtlinie geht, weil auch das scheint im Moment nicht, oder anders formuliert, das scheinen auch noch nicht so viele Menschen auf ihrer Agenda zu haben, was das eigentlich mit der Basel-3-Richtlinie an sich noch auf sich hat und wie auch dieses Thema sich noch auf das Thema Gold niederschlagen kann, könnte oder wie auch immer. Ja, liebe Freunde, ich kann es immer wieder betonen, ich habe, deswegen habe ich am Anfang angefangen, auch die Goldkurse an sich nochmal Revue passieren zu lassen. Ich finde, dass das ein sehr, sehr interessantes Thema, gerade im Januar ist, gerade jetzt im Januar noch. Und ich habe es ja vorher schon gesagt, wenn schon so viele andere YouTuber jetzt plötzlich meinen, ja, über das Thema Gold berichten zu müssen, dann muss man sich ja schon fragen, wie kommen jetzt auf einmal alle Experten darauf, über das Thema Edelmetalle berichten zu müssen. Ja, also Aktien, Gold, Rohstoff oder Immobilien gegen die Inflation, Fragezeichen, ja, und so weiter. Gold kaufen, siebenhäufige Fehler, Milliardär zeigt uns seinen Goldschatz, ist aber ein Bitcoin-Milliardär zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja, also das sind ja schon, du wirst ja im Moment, so hat man den Eindruck, auf YouTube geradezu erschlagen, wenn es um das Thema Gold geht, ja, oder warum steigt Gold im Moment noch nicht, ja. Ja, totale Kontrolle, 2022 wird dein Vermögen transparent, auch Gold, ja, das ist zum Beispiel so ein Thema von Kettner Edelmetalle. Wobei ich jetzt da schon sagen muss, dass Kettner Edelmetalle nicht der einzige ist, der, wo hier über das Thema Gold spricht, ja. Da gibt es ganz viele andere Leute, zum Beispiel auch hier Zukunftsmärkte, Aktien-Fragezeichen, Gold-Rally, was bringt das Jahr 2022? 2022. Also, worauf will ich hinaus? Ich will hier keine Panik verbreiten und sagen, liebe Freunde, im Jahr 2022 wird es alles zerreißen. Ich finde das, ja, wie soll ich sagen, ich finde so eine Aussage höchst unseriös, immer, ja, Angst zu schüren und Panik zu verbreiten. Ihr wisst ja, wie ich darüber denke, das wird an anderer Stelle in der Politik schon genug gemacht, ja. Dann muss ich auch noch ins gleiche Rohr reinblasen. Aber was ich schon festhalten möchte, ist, dass wir, und diese Situation schleicht sich im Moment so ein bisschen in der Bevölkerung ein, zu glauben, ah ja, die Inflation, das ist jetzt ein Thema, das wird sich jetzt dieses Jahr bis Ende dieses Jahres ausschleichen. Und, liebe Freunde, so weit würde ich wirklich noch nicht gehen. Ich würde schon sagen, dass gerade dieses Thema jetzt gerade, ja, ich würde sagen, zum ersten Quartal sich weiter zuspitzen wird, ja. Und wir werden gerade im ersten Quartal noch sehr schnell feststellen dürfen, was noch alles an uns, an Preissteigungen und Situationen auf uns zukommen werden, ja. Also insofern, solange ihr die Möglichkeit habt und, ja, der Goldpreis wieder einmal mehr oder weniger zurückkorrigiert, aus welchen Gründen auch immer, das spielt keine Rolle, nutzt es. Nutzt die Gelegenheiten, sofern ihr die Möglichkeiten habt, noch ein wenig Kohle sozusagen abzusichern, nutzt die Gelegenheiten. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir immer einen großen Daumen nördliche Richtung da, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit. Großer Kuss geht raus, viel Liebe und bleibt freundlich zueinander. Bis dahin, ciao mit V, euer Matze.